okay ich sagte xxl folge haha wie jetzt wir können charakter erstellen die lasse ich so und ja ich versuchte mich dass diesen tenno soweit wie möglich aussehen zu lassen wer probleme damit hat tja da pech gehabt oh mein gott d11 hasard 3 hört sich doch gut an das ist da ja 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 Ah, warte, ich habe da eine Idee. Ah, lasse ich so, es sieht gut aus. Ah, nein. Ah, gut. Wenn wir das Zeug schon haben. Komplett schwarz. Was weiß. Ah, das auch. Oh. Ich dachte, ich war... Ich weiß. Entschuldige mich. Das ist, wer du wirklich bist. Ein Tenno. Mehr als Mensch. Aber einmal ein Kind, wie jeder andere. Was erinnert? Ähm... Also, was jetzt los ist, äh... Ich habe wirklich einen Weiblichen gemacht. Paul finde ich damit ab. Ja. 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 Die Orphans von 10.0, aber Margulis, sie liebte dich. Sie hat einen Weg gefunden. Wir können uns nicht helfen. Die Ausflüge. Wir verletzten sie. Wir verletzten sie. Aber sogar dann, sie hat sie niemals abandone uns. In dem Traum haben wir Frieden gefunden. Und sie hat uns in diesem Schmuck geflogen. Die Orphans verletzte Margulis. Sie hat ihre Arbeit genutzt, um eine Transferenz zu entwickeln. Sie hat sich in einen Schmuck geflogen, stark genug für Ihre Macht. Es fühlte sich wie ein Wachst, aber es war nur ein löser, zweites Traum. Wir müssen uns wissen. Ich erinnere mich, was es wäre Angst. Ich erinnere mich, was ich gegeben habe. Ich erinnere mich. Ich erinnere mich. Ich erinnere mich, was ich gegeben habe. Ich hatte ein Kode. Und so wurde sie Tenno, um den Orphans zu verletzen. Aber die Orphans zu verletzen. Als die Tenno verletzte, haben sie sie in großen Schulen gefunden. Die Tenno-Ways. Sie sehen sie? Ich erinnere mich. Okay, und jetzt können wir aussuchen. Wasarin. Sie waren darauf trainiert, den Gegner zu kontern und sich mit den Angriffen des Feindes zu bewegen, um sie zu neutralisieren. Sie haben stets ihre Achtsamkeit aufrechterhalten, um sich gegen jede Aggression verteidigen zu können. Sie glauben, der wahre Weg zum Sieg sei die Dominanz über den Gegner. Sie streben danach, den Feind all seiner Ressorts zu entledigen, dass die Stärke des Geistes jeden Widerstand bestätigen kann. Unairu. Sie haben sich dazu gezwungen, den Gegner zu überdauern, alle Aggressionen zu widerstehen, ohne zu brechen. Sie glaubten, wenn ihr Gegner nicht ihr Durchfallvermögen hatte, so konnte der Kampf gewonnen werden, ohne begonnen zu haben. Naramon. Diese Disziplin war darauf ausgelegt, den Feind zu kennen. Die Taktiker von Naramon glaubten, die Kenntnis eines Gegners sei der ultimative Vorteil eines Kriegers und Madurai. Sie folgten im Fahrt der direkten Konfrontation mit dem Gegner. Ihre raschen unerbittlichen Angriffe, wie sie nicht zurückkehrten und ihre Feinde rücksichtslos attackierten, konnte der Gegner hinwegwegen, bevor er sich bereit machen konnte. Schnelligkeit und Brutalität charakterisieren diese Schule. Ähm, ich glaub, ich geh mit... ...ner Sturm, einer Welle. Ich geh mit dem Sturm. Ich geh mit dem Sturm. Eine Sturm. Der Matarai-Way. Unsere Weg war, um den Feind zu engagieren. Um unsere Feind zu spüren, bevor sie sich selbst hatte. Matarai-Way wird dein Ziel. Aber wir haben so viel mehr zu tun. Hier, in der Orbiter, Transference wird noch stärker. Kommand die Warframes. Machen. 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 Ja, Lotus. Ich bin. Machen. Ich bin. Okay, jetzt ist die Mission endlich vorbei. Und wir haben eine Matarai-Glinse. Oh ja. OP. Nein, ich bin nicht OP. Und zwar hat es schon... Diese Quest haben es so viele Leute schon gemacht. Ich bin nicht der Erste, dass das gemacht hat. danke du warst ja auch dabei schnell oh mein gott wir können hier runter auge des phoenix oh mein gott da gehe ich später noch mal durch oh gott und dann kann man auch so nintendo noch anpassen danach cool also gut das war's von mir ciao